Das kannst du dir nicht ausdenken. Bessere Einleitung gibt es nicht für dieses Video. Es geht hier um den WDR-angestellten Journalisten Jürgen Döschner. Hunderttausende Euro Gehalt, kaum Arbeit. WDR-Urgestein verklagt den Sender. Und beim Spiegel heißt es, WDR-Journalist arbeitet offenbar fünf Stunden im Monat für 100.000 Euro im Jahr. Ich auch, ich will auch. Das ist doch unfassbar. Der Mann ist seit 38 Jahren beim WDR und in den letzten Zeiten werden seine Beiträge, seine Arbeiten nicht mehr so angenommen, dass sie dann irgendwo publiziert veröffentlicht werden. So, und er wittert jetzt hier oder klagt jetzt hier dem WDR an wegen Nichtbeschäftigung auf 75.000 Euro Entschädigung. Also er will doch eine Entschädigung dafür, dass er nicht veröffentlicht wird, dass er nicht arbeiten muss. Manch einer würde sich freuen, 100.000 Euro im Jahr, tragt mich mit auf die Liste ein, gerade für fünf Stunden Arbeit pro Monat. Das ist schon der Knaller. Nein, aber hier sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Er wird hier auch als Energie- und Klimaexperte bezeichnet. Und das, was ich mir gut vorstellen kann, was man auch in den Kommentaren so liest und so weiter, hier wird vielleicht jemand ruhiggestellt. Hier wird jemand kaltgestellt, dass er eine zu kritische Meinung hat, dass diese nicht mehr kundgegeben werden darf. So nach dem Motto. Und dann gibt es hier die von Verdi, die Monique Hoffmann, die sagt dann hier, der Fall ist auch deshalb brisant, weil er ein Schlaglicht wirft auf die Frage, wie gut Journalisten in den öffentlichen rechtlichen Sendern in ihrer Berichterstattungsfreiheit geschützt sind. Und es gibt ja immer wieder diese Unterstellungen, ja, die Leute, die sich dazu kritisch äußern, die werden, wenn sie freie Mitarbeiter sind, gar nicht mehr in Erwägung gezogen, bekommen keine Aufträge mehr. Dementsprechend, weil sie auf das Geld angewiesen sind, machen sie natürlich das, was der Sender sehen möchte, diese Berichterstattung, diese Meinungsmache in dieser Art und Weise. Und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen an dieser Stelle. Aber ist das nicht sinnbildhaft, wirklich für das, was hier im Land passiert und speziell bei diesen Sendern? Da bekommt jemand wirklich hunderttausende Euro? Wie kann das denn sein? Wäre es nicht eine sinnvolle Vorgehensmaßnahme, man sagt von WDR-Seiten jetzt aus, wir haben keinen Bedarf mehr, die Arbeitsqualität hat zu wünschen übrig gelassen, whatever, wir kündigen das Arbeitsverhältnis oder sie reduzieren ihre Arbeitszeit auf, was weiß ich, 20 Stunden pro Woche und bekommen anstatt 100.000 Euro 40.000 Euro pro Jahr. Was meinst du, wie schnell der Mann sich einen neuen Job sucht? Wisst ihr? Das kann doch nicht sein, dass du mit 100.000 Euro hier alimentiert wirst und dafür nichts tust. Das ist die andere perverse Seite. Schreibt mal eure Meinung unten rein. Bis zum nächsten und ciao.